Und ich schmeiß mal an hier. Ja, er hat seine letzte Ruhe gefunden. Okay. Ja, jetzt hat das arme Jacare seine letzte Ruhestätte gefunden. Ich habe ihm ein christliches Begräbnis gegeben. Mehr kann ich nicht machen. Der Rest ist jetzt mit den Ameisen und mit dem lieben Gott. Jetzt werde ich mich um den Jacarekopf kümmern. Hier ist das Grab. Das Kreuz habe ich gerade runtergezogen. Man kann hier schon sehen. Ich werde jetzt mal ein bisschen buddeln. Mal gucken, ob das Fleisch schon runtergefault ist und ob man den schon präparieren kann jetzt. Okay. Schauen wir mal. Ja, so sieht das Ding jetzt aus. Der lag schon ein bisschen länger jetzt. Oder zu lange, vielleicht drei, vier Wochen zu lange ist es auseinandergebrochen. Aber kann man noch präparieren. Jetzt muss ich waschen und dann krocken. Dann wird das Ding zusammengeklebt. Was man nicht alles macht im Leben, ne?